Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Heute dabei ist Lukas und Niklas. Hallo. Wir spielen heute mal eine Runde Tower Defense auf dem Cubecraft.net-Server. Lukas, erklär uns doch mal, wie es geht. Also, man platziert hier auf diesen geilen, also hier an den Seiten, Türme, die greifen dann Monster an, die kommen da jetzt auch. Die Monster versuchen halt unsere Box, die hier unten ist, zu zerstören. Ach, da bist du, ja. Und die Gegner schicken halt die Monster zu uns und wir schicken die Monster zu ihnen. Und ich glaube, nach 15 Minuten kommt dann auch ein Wizard oder eine Horde vom Monster, die versucht dann auch unsere Box anzugreifen. Und welches Team länger die Burg am Leben behält, der gewinnt halt. So, nochmal zum Zeigen, hier unten das Blaue ist unsere Burg und da drüben das Rote von den Gegnern. Und ja, dann bin ich mal so... Haben wir ja fast nichts aufgebaut. Gehen wir los. Gehen wir los. Ähm... Wenn ich mal eine XP bekomme, ist ja alles gut. Lukas, wo möchtest du den, ähm, großen Turm, äh, den OP-Turm hinmachen? Den, ähm, den hätte ich hierhin gemacht dann. Wo bist du gerade? Aus. Hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Äh, bin ich blind? Hallo? Hier. Da unten? Hä? Wo? Nein, hier. Geradeaus durchgucken. Oben. Hier, hier oben. Hier, siehst du mich? Ich schwimme hier. Komm mal zum... Bisschen blöd, hinter dir. Hä? Äh... Ach da. Entschuldigung. Äh, ähm, wo? Hierhin? Hier so ungefähr. Ähm, Summon Troops. Dann spawnen wir erstmal ein paar Zombies. Zack. Und senden die jetzt erstmal zu den Gegnern. Die werden hier oben gespawnt. Und ja. Wenn die die umbringen, kriegst du die XP dafür, ne? Ich hab nicht genug Geld. Weißt du, was ich gerne mache? Vielleicht geh mal zu den Gegnern und geh die Netas, äh, Sterne klauen. So. Ähm. Ich war mal Afka. Äh, so. Jetzt ist grad nochmal wer hinzugekommen. Ja. Ähm. Wartet mal kurz. Ähm. Funky, komm mal kurz auf den Dingster-Server, den ich im Discord geschickt hab, den Link. Auf den, ähm, Server und komm dann mal in Talk 3. Ist das ein Team-Speak? Yep. Ja, muss ich kurz was erladen. Was soll ich auf, ähm, Geld gehen, oder? Was soll ich auf Mob-Leveln gehen? Ich bin letztes Mal auf XP gegangen, da hatte ich 18.000 XP. Wusste nicht mehr, was ich damit noch mit der Rift anfangen soll, weil ich alles gekauft hatte. Da war nicht genug Geld, das regt mich grad auf. So. Entschuldigung, dass ich grad nix gemacht habe. Hast du deine Goldmine schon verbessert? Ähm. Mach das mal. Schicken wir den nochmal gucken. Äh, das war auf dem Abbasar, ne? Ja. Der ist billig. Würde ich sagen, Leech da, ähm, machen wir hier einfach mal ein Quake-Tower hin. Und ein Kran-Build-Tower hier. So, dann haben wir jetzt hier mal einen Turm geplaced und, jo. Mal 264, allein für Zombies ausgehen. Ich verlinke euch dann mal Lukas unten im Dingster in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Ja. Ähm. Ja. Beste, also. So, bauen wir hier mal ein. So macht man das professionell. Professionell. Äh, wir werden dann wahrscheinlich auch nochmal ne Runde, äh, Bad Wars spielen, denke ich mir mal. Ja, echt. Hahaha. Was Bock drauf hat. Wenn wir Bock drauf haben, dann spielen wir ne Runde, Bad Wars. Ähm, jo. Ähm. Castle Bazaar. Was war denn das, Lukas? Da kannst du abholen. Ja, da kannst du dein Goldminen-Einschwert, dein Bogen verbessern. Ach, ja. So, dann schicken wir nochmal ein paar Truppen raus. Was können eigentlich die Gegner? Das frage ich mich auch. Zack, dann schicken wir den jetzt mal spinnen. Ich hab so ein bisschen aufs, ähm, wenn wir eventuell mal so richtig mal ein bisschen vollspammen, die ganzen Tower da unten. Weil damit die, die haben ja viel Platz zum Bauen. Nicht, dass wir danach im Nachhinein alles hochziehen müssen. Äh, Lukas, baust du dann gleich den, wie heißt der nochmal, wie heißt der eine Tower nochmal? Leech-Tower, ich hab auch noch kein Geld dafür. Ah, okay. Eigentlich bauen. Ah, Alter, kostet 3000, den kannst du kein Geld für. Dann schicken wir den jetzt mal ein paar Zombie-Pick... Ah, nicht genug Coins. Wie viel kostet das? Wollten wir eigentlich erstmal warten, bis ich meine, äh, Hexen habe und dann... Ja. Was ist da oben eigentlich... Craft Wooden Planks? Ne, ich möchte jetzt keine Wooden Planks craften. Ähm, ja. So, gleich müsste auch nochmal wer dazukommen. Und zwar, äh, Funky, ähm, ist ein Freund von mir, Niklas und von Lukas und der wird dann auch noch gleich dabei sein. Der muss jetzt erstmal Team-Speak holen. So, dann würde ich sorgen, ich mach jetzt hier nochmal einen Cut und wenn dann was Interessantes kommt, sag ich euch wieder Bescheid. Magma Tower. Äh, ich bild auch nochmal... Deine Creeper. Ich baue jetzt... Machen die überhaupt Schaden? Oh, die haben auch Creeper gesendet. Ja, ich baue gerade was für unsere untere Verteidigung. Äh, Lukas... Warum ist da Verteidigung, Lukas? Sag da mal kurz davor, wenn du den Dings da schicken möchtest, den Großen. Dann gleich den Großen Turm holen. Ja, gut. Weil das würde ich dann nochmal gerne mit reinnehmen. Soll ich jetzt noch eine Heal-Potion hinterher oder das wäre das unfair? Ach, Heal-Potion, wir wollen doch gewinnen, Lukas. Ja, aber wir gewinnen bestimmt so oder so. Ah, ne, das wird nicht mehr. Ja, so in einer Minute, dann höre ich auch mit dem Cut mal auf. Oh, ich freu mich schon... Bald, bald haben wir den weggenommen. Ja, geht eigentlich. Die haben Spinnen, Lukas. Oh, die repieren sich nicht schnell. Ja, die hab ich gesendet, die Spinnen. Nein, bei uns. Okay. Das ist dann ja eigentlich okay. So, ich muss meinen Golden Magma upgraden. 350 XP. Okay, dann muss ich noch ein paar Truppen senden. Okay. Hmhm. Oh ja, wahrscheinlich wird das so asynchron sein. Soll ich dann schon, Lucas, soll ich dann auf Slime gehen und du gehst auf Riesen? Können wir machen. So, dann ist hier auch erstmal der Cut zu Ende. Entschuldigung, dass hier so ein paar FPS-Drops sind. Das liegt am Aufnahmestudio, also an OBS. Ja, jetzt haben wir mal hier so eine kleine Mars-Infektion gesandt. Gibt es überhaupt Schaden? Weiß ich nicht. Mein Zombie-Pigment, glaube ich, läuft. Nee, der ist nicht mehr der Zombie-Pigment. Wo sind meine Wither-Skeletten eigentlich? Die sind alle schon tot, oder was? Deine Wither-Skeletten umläufen Creeper rum. Scheint so, als wären die tot, oder? Weil ich sehe... Oh, leggy. Ja, die sind alle tot, die Wither-Skeletter. Ja, bei uns ist es eigentlich relativ ruhig. Hier gibt es jetzt nichts Besonderes zu wissen. Das ist jetzt meine erste Runde. Wie heißt es nochmal? Wir haben Blazers. Tower Defense. Blazers haben die gesendet. Was kann man gegen Places machen? Archer Tower. Archer? Ja, oder Necromancer Tower mit Upgrade, aber das haben wir nicht. Also ich hab das, ihr nicht, aber... Oh, die gehen auch schnell tot. Bei Archer Tower hier hin und das war's dann. Ah, genau. Haben wir jetzt gewonnen? Ja. Oder haben wir nicht so einen Beißer gewandt? Haben wir gewonnen? Die Wither-Skelette haben den Rest gemacht. Ja, dann, ähm... Ja, geil. Erste Runde gewonnen. So, damit bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Ansehen und ich hoffe, ihr schaut mal wieder vorbei. Tschüss. 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 Vielen Dank.